Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trainster World 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dem DLC zur Class 4659 gibt es natürlich auch eine Einführung hier auf dem South Eastern High Speed. Und in diesem Video lernen wir die Grundlagen der Bedienung und des Betriebs der Class 4659 Networker kennen. 2000 Punkte für die Goldmedaille. Ich lade einfach mal rein und wir gucken uns dann nach dem Tutorial dann nochmal kurz an, welche Strecken denn mit dem DLC von der Class 4659. mitliefert werden, was uns auch erwartet. Das Ganze dann im Laufe der nächsten Tage. Willkommen beim Lokführertraining hier im Gillingham Betriebswerk. Heute lernen Sie die Class 4659 in South Eastern Lackierung zu bedienen. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit den wichtigen Fahrsteuerungen und Fahrgastaufgaben. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Und die Szenarien dann all dementsprechend auch mit Zugssicherheitssystemen, wie es sich gehört. Aber die sieht ja schon echt, äh, interessant aus. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Und können Sie sich einfach mal so ein bisschen anschauen. Maximum Speed von 75 Miles per Hour. Hier haben wir sogar in sehr gut lesbar die Safety Criterical Communication Protocols. Auch wie die Operation Constructions sind und so weiter und so fort. Also das ist ja schon äh, sehr faszinierend. Sehr detailliert auch vor allem. Also detailliert ist es ja immer, aber das ist schon, äh, nice, dass man so viel lesen kann. Um das Führerpult einzuschalten, stellen Sie den Generalschlüssel auf Ein. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Äh, achso, auf Neutral. Ich habe hier einen Schritt weit voraus. Stellen Sie die Außenerleuchtung für den erwarteten Fahrbetrieb ein. Ja, das wäre wahrscheinlich dann genau Tagfahrt. Jetzt können wir das Ganze auch vorwärts machen. Oh. Ja. Vorwärts, nicht aus. Dann deaktiviere ich die DRA. Es ist Zeit loszulegen. In dieser Einführung fahren Sie vom Jillingham Betriebswerk zum Bahnhof von Jillingham. Ah, okay. Und weiter nach Rochester. Ich sehe das hier gerade beim Betriebswerk von Jillingham. Dieser Zug verfügt über einen Kombihebel Leistung Bremse. Bewegen Sie zum Anfahren den Hebel in den Leistungsbereich. Bewegen Sie zum Bremsen und Anhalten den Hebel in den Bremsbereich. Das Schöne ist, erhöhen Sie jetzt die Leistung, um loszufahren. Dass die Zugsegleichssysteme direkt hier sind. Das heißt, ich brauche bei der Class 465 gar nicht lange danach suchen. Wir haben uns auch noch eine Uhrzeit. Wunderbar. Dann gebe ich mal ein bisschen Leistung. Geht doch ruhig ein bisschen mehr. Ah, ich freue mich schon auf die Szenarien. Okay, hat ein Sound. Oh Gott, so schnell. Hat ein Sound wie von der S-Bahn. Wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Ja, wie immer. Man kennt es. Hier wieder schon durch die Waschanlage durch. Und auch hier wieder ein, ja, ein elektrischer Zug, der hier rechts mit der Stromtrasse. Oder wie auch immer noch mal die Beseitigung für war. Äh, fährt. Und dann sind wir jetzt gleich bei Gillingham. Schafft 75 Meisw. Also ich, ich glaube, also es wird mit der Class 465 wahrscheinlich ähnlich viel Spaß machen, wie mit der Class 377. Ich denke mal, dass, also ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, ich vermute schon mal, dass die Bremsen ähnlich gut sind. Ich meine, fährt ähnlich gut an. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Bremsen sich im Verhältnis dazu ähnlich verhalten. Ich bin auch mal echt gespannt, was für Szenarien einfach so uns auf uns warten. Was da für Probleme sind, was, wie die Wetterbedingungen sind und so weiter. Oder eben unter 15 Meisw. Lohnt sich hier gar nicht zu schleudigen eigentlich. Geht es denn hin aufs linke Gleis nochmal? Wahrscheinlich schon, ne? Deswegen bewegen Sie zum Bremsen und anhalten den Hebel in den Bremsbereich. Ja, nochmal kurz mal hier hin. Aber Moment, wenn wir dann gleich nochmal nach Rochester fahren, gibt es dann auch nochmal wieder so ein, äh, so eine nette Zwangsbremse? Oder, wie muss ich das verstehen? Hab gesehen, davon, dass ich schon wieder, ja, es ist aus. Warum ist es denn an? Moment, die alte Tafel ist aus. Weil es an ist, dass auch die alte Tafeln immer wieder an sein müssen, ne? Das verstehe ich ja nicht. Irgendwann habe ich es mit dabei hinbekommen, dass ich, ähm, nicht bei jedem Mal, wenn ich irgendwie eine Karte lade, in die Reise, in die Reise geworfen werde. Das kann man ja einfach einstellen. Muss man halt auch erstmal wissen, aber man kann es einstellen. Bremse ist dann gut. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Auf, einfach auf alles freigeben, okay. Wir haben eine Tür freigeben. Ich werde das mit den hinteren Türen, okay. Ja gut, dann macht es auch mehr Sinn, dass man auf alle drückt, ne? Okay. Ich verstehe. Ist aber schon, schon ein schickes Ding, ne? Kann man nicht anders sagen. Hat schon was. Hat so ein bisschen was von, mir fällt gerade der Fahrzeugnamen nicht ein, aber erinnert mich noch ein bisschen an ein Fahrzeug hier, die vordere Schnauze da vorne. Die vordere Schnauze da vorne. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Achso, ist hier klar. Fahren Sie diese kurze Passagierfahrt nun ohne Führung zum nächsten Bahnhof Rochester. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Die vordere Schnauze hinten wäre halt auch sehr interessant. So, noch in der 15-Meilen-Zone, deswegen nicht allzu sehr beschleunigen. Aber gleich geht es dann ja wieder auf der Hauptstrecke. Wir fahren noch, okay, wir fahren bis Rochester, aber wir halten noch in Chatham. Okay. Interessant. So, wann darf ich in der 60 fahren? 1,3 Meilen noch bis Chatham. Das Gute ist, im Tutorial gibt es natürlich keine, 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 zeitliche, keine, keine, keine zeitliche Grenze, prinzipiell gesehen. Dann haben wir hier hinter, hinten haben wir sagen gleich eine 30-Meilen-Zone. Den Tunnel sieht man natürlich wieder weniger. So kurz sind die Lichter dann auch hier nicht. Im Tunnel merkt man kaum die Geschwindigkeit. Aber ich merke schon, es wird so ein, okay, es geht gleich zurück ab. Es wird schon eine sehr angenehme Fahrt auch werden hier. Wie gesagt, wir schauen uns gleich nochmal an, welche Szenarien dann auch mitgeliefert wurden mit dem DLC. Und die werde ich dann auch in Kürze fahren, diese Szenarien. neben noch anderen Strecken, die ich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen anfangen werde, aufzunehmen. Da vorne ist dann die 30er-Zone. denn da ist ja noch so die eine oder andere Strecken, die ich noch gar nicht angefangen habe, jetzt hier mit den Tri-Normals 2 und auch die Einwanderin, die schon wieder neu rausgekommen ist. Von daher hink ich bei manchen Sachen dann doch schon wieder ein bisschen hinterher. Ich muss mich natürlich auch ein bisschen daran gewöhnen, wo ungefähr die Bremskurve anfangen sollte. Und den Bremspunkt beziehungsweise den Haltepunkt nicht zu verpassen. Und dann geht es auch direkt weiter. und intro rein. Dann leider die Außensperspektive nicht mehr funktioniert. Ich werde leicht bergab. Ich muss daran denken, ich muss da nicht zu viel Gas geben. Ich muss mehr Bremsen als Gas geben jetzt. Und dann sind wir auch schon fast in Rochester und haben dann auch die Einführung in die Class 3, in die Class 4, 6, 5 hinter uns. Und können uns dann mehr oder weniger gemeinsam an die Szenarien machen, wo wir viel mehr Spaß haben können mit der Class 4, 6, 5. Mehr oder weniger schlägelegte Bahnhof oder Bahnsteig. Ich weiß nicht, ob es ist, aber ich interpretiere es einfach mal so, weil hier scheinbar nicht die Möglichkeit mehr besteht, hier rauf zu gehen. Ach, es ist angenehm mit der Class 4, 6, 5 zu fahren. Kann man nicht anders sagen. So als bloß den Haltepunkt verkacken vor dem roten Signal. Perfekt. Perfekt. Dann haben wir die Türen hier wieder in Riegeln. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Jetzt steht mal unlockt. Cl 4, 6, 5 Training complete. Und noch wieder eine Goldminder dafür. Und Level 2 in der 4, 6, 5. Ah, kurz vor Level 3. Ja, äh, gut, Haltepunkt in Rochester war nicht, war klappt nicht der Beste in Gillingham. Mit 0,07 Yards war ich näher dran. Äh, 2768 Punkte in der und eine Goldmedaille. Ich bin mittlerweile Level 50. Sehr schön. Nur noch 100 Level to go. Ich glaube, es wird noch doch eng werden mit meinem Ziel. Äh, wir schauen uns aber erstmal die Szenarien an, die mit der 4, 6, 5 mitgeliefert wurden. Die da wären einmal erweitertes Angebot. Übernehmen sie die Steuerung einer Class 4, 6, 5 auf der erweiterten Strecke von Rochester nach Farbscham. Ähm, das Ganze spielt im Jahre 2017 statt. Ähm, hat eine Schwierigkeit von 2 von 5, soll 40 Minuten genau dauern und 7000 Punkte gibt es für die Goldmedaille. Dann gibt es das Hinario Einspringen. Übernehmen sie die Steuerung einer Class 4, 6, 5 und springen sie für einen fehlenden Zuge zwischen Gravesen und Gilling und Gillingham ein. Das Ganze soll 50 Minuten dauern, hat eine Schwierigkeit von 2 von 5 und gibt 9000 Punkte dafür und spielt im Jahre 9000 Punkte für Gottmiddall benötigt man. Und das Ganze spielt im Januar 2019. Dann gibt es den Übergangsvertrag. Übernehmen sie die Steuerung einer Class 4, 6, 5 auf einem zusätzlichen Zug zwischen Rochester und Rheinham. 30 Minuten soll das Ganze dauern, 1 von der 5 Schwierigkeit, 5000 Punkte für die Goldmedaille und er spielt im Jahre 2016 genau zu sein, im Juno. Und zu guter Letzt eine abendliche Leerung. Übernehmen sie die Steuerung einer Class 4, 6, 5 auf ihrem letzten Abstand abends bevor sie den Zug im Betriebswerk abrüsten. 20 Punkten soll dieses Szenario dauern, 1 von 5 Schwierigkeit, 2500 Punkte für die Goldmedaille und das Szenario spielt am Juli 2019. Das Ganze erwartet euch in den nächsten Wochen. Formulieren wir es mal lieber so, da ja noch das eine oder andere Route DLC oder Strecken DLC noch unter meine Vierte hier kommt. Wenn euch das Ganze gefällt, dann schaut auch gerne bei meinen Trainzimmer 2 Playlist nach oder halt bei meinen ganzen anderen spezifischeren Trainzimmer 2 Playlisten von den einzelnen Strecken. In dem Sinne bedanke ich mir vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Trainzimmer 2 Video.